Eins, Zwei, Drei! Three Tigers, Baby! Wie schmeckt das alter Mann, ne? Dad? Kannst du eigentlich Kung-Fu? Ich bin im Ruhestand. Wer war der alte Kerl? Das war unser Lehrer. Wir nannten ihn Sifu. Hast du es nicht gehört? Sifu ist tot. Irgendwas stimmt hier nicht. Das war keine Herzattacke. Könntest du versuchen, nicht Chinesisch zu sprechen? Wenn sich die Hände kreuzen, kommt alles zum Vorschein. War das ein Treffer? Nein, nein, alles gut, alles gut. Nichts passiert, Mann. Gar nichts. Sifu hat schon viele provoziert. Die großen Three Tigers. Manche holt die Zeit eben ein, was? Und wir haben uns geschworen, dass wir die Schwachen verteidigen. Dados ist ein sehr, sehr böser Mann. Wir mögen eine Schande sein. Aber Sifu hat nur drei Schüler gehabt. Ich schwöre, ich werde meine Brüder loyal behandeln. Jetzt bis ans Ende aller Tag. Schöre. Dados! Dados! Ich blande die Titelmelodie.